Ab dem 15. August 2014 ist dieses zu mietende 15er Rhein-End-Haus bezugsfrei. Das gut gepflegte Rhein-End-Haus befindet sich in Rödermark. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 165 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von 135 Quadratmetern auf. Die monatliche Gesamtmiete des Gebäudes beträgt 1200 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.